Was kunst du machen? Mit einem solchen Kugelschreiber frage ich mich gerade. Und das wird heute Abend eines der Themen sein in unserer Sendung. Was kunst du? Das ist die Frage, die ich an meine Gäste richte. Ich bin Cosmo Dimon. Ich freue mich, heute Abend Sie zu Hause an den Bildschirmen begrüßen zu dürfen in Hamburg und dem Rest der Welt. Eigentlich wollte er Rockmusiker werden, aber wir machen eine Sendung über bildende Kunst. Also wurde er vielleicht auch deshalb vorausschauenderweise Kunstmaler. Heute rockt er die Leinwand, ist aber dabei kein Schürzenjäger im klassischen Sinne. Will sagen, er jagt nicht jedem Rock hinterher. Naja, wie das alles gemeint ist, das werden wir Ihnen gleich fragen. Den Mann, den wir heute Abend hier begrüßen, aus Hamburg-Harburg kommt er und seine Freundinnen in Beri. Ich begrüße Thomas Behrens. Hallo Thomas. Hallo, Cosmo. Schönen guten Abend, Hamburg. Ja, ich habe hier in der Hand diesen Kugelschreiber. Mit dem habe ich gerade gespielt und habe mich gefragt, was könnte man denn damit kunstvollerweise anstellen? Du hast eine passende Antwort darauf. Ja, das ist sehr interessant. Jeder, der mal mit Kugelschreiber irgendwas gemacht hat, vornehmlich geschrieben hat, hat bestimmt mal die Situation gehabt, insbesondere beim Telefonieren. Einfach so verspielt, Drehungen, Windungen, irgendwas, Spiralen, nebenher auf irgendeinem Blatt Papier, Notiztel neben dem Telefon zu kritzeln. Bei mir war das so, Malerei, Kunst, was auch immer, wie man das bezeichnen möchte, zeichnen, hatte immer eine große Rolle gespielt, schon in der Schule. Und irgendwann habe ich gedacht, nachdem ich... Jeder erkennt das, ne? Es ist langweilig, also male ich ein bisschen... Genau, langweilig. Das ist das Stichwort. In der letzten Reihe sitzend, insbesondere im Gemeinschaftskundeunterricht, mich sehr langweilend, war nie mein Thema, habe ich also... Also Gemeinschaftskunde, nicht Kunst. Nein, nein, schon mal ein Gemeinschaftskunde. Wir reden über die Fächer. Und ich saß in der letzten Reihe und habe einfach ein bisschen hin und her gekritzelt, wie man das eben macht, wie ich eben beschrieben habe. Und dann eines Tages, so in den oberen Schulklassen, habe ich im Kunstunterricht die Möglichkeit gehabt, in einem Kurs teilzunehmen, der hieß Freie Techniken. Kann man natürlich mal was ganz anderes ausprobieren. Und ich weiß noch wie heute, es war Heiligabend, ich hatte also ein Blatt Papier mit nach Hause bekommen und schon damals in den Ferien, habe ich immer gern gezeichnet, habe ich angefangen, ein ganzes Blatt toll zu malen, zu zeichnen, Drehungen, Windungen, habe Schattierungen erzeugt. Und als es fertig war, war ich selber völlig begeistert von dem, was ich dort erschaffen habe, mit einer Art von Technik, die ich vorher noch nie irgendwo so bemerkt hatte. Ich glaube... Wo lag jetzt der Witz drin? Also einfach in der Anwendung eines Kugelschreibers für Malerei, was man vielleicht eher mit einem Feder macht? Einfach jeder weiß, dass man mit Bleistift und Kohle zeichnet. Das ist üblich. Aber wer bitte schön bedient sich eines Kugelschreibers, zumal es schwierig ist, damit Schattierungen zu erzeugen und es sehr mühsam ist. Also man kann sich vorstellen, Kugelschreiber dünner Strich braucht lange, bis man ein Blatt voll hat. Und dieses Blatt war so ungefähr 30 mal 40 Zentimeter groß. Das war mein erstes Werk, wenn man es so bezeichnen möchte. Also als du fertig warst, war Weihnachten vorbei? Ja, eindeutig. Ich habe das dann mit in den Unterricht gebracht. Es wurde dann begutachtet, nicht nur von dem Kunstlehrer, weil es so außergewöhnlich spektakulär war. Da wurde es sogar in einem Lehrerzimmer später bei einer Konferenz mal gezeigt, was denn so ein Schüler zustande bringt. Das war der Anfang. Ja. Jetzt sagtest du Schattierungen. Ich gehe davon aus, es war nicht abstrakt, sondern es war gegenständliche Malerei. Nein, das ist nicht richtig. Es ist ein abstraktes Geschehen gewesen. Also eine Figur, die immer wieder auftaucht, das sehen wir auch in dem Objekt, was wir hier mit beihaben, sind so fast zahnförmige figurative Elemente, die sich sehr dafür eignen, Hörner, kubisch zulaufende Figuren von dunkel nach hell wieder nach dunkel schattieren zu können. Du schreibe Bild dabei, hier vorne steht es. Und das ist abstrakt. Oder, Cosmo, kannst du irgendetwas? Man assoziiert natürlich als Beschauer immer irgendetwas, gerade wenn es nicht ein gegenständliches Bild oder eine Zeichnung ist. Das Gehirn sucht sich ja förmlich Dinge, die es kennt, setzt es zusammen. Manchmal versteht man es auch gar nicht, aber oft, und so heißt es ja immer so schön, Kunst entsteht im Auge des Betrachters, oft findet man Dinge und kann dem dann selber einen Titel verleihen. Ja, das ist ja auch der Name unserer Sendung hier, Was kunst du? Das ist einmal die Frage, die ich an dich richte, aber natürlich auch das, was sich wahrscheinlich jeder Betrachter eines jeden Kunstwerkes überall auf der Welt fragt, wenn er davor steht und sagt, ja, was kann denn eigentlich dieser Künstler oder was will mir dieser Künstler sagen? Ja, dieser hinlängst übliche Spruch, was will mir denn der Künstler damit sagen? Insoweit findet sich das natürlich auch in deinen Arbeiten sehr, sehr plastisch wieder, denn so wie du sagst, man assoziiert etwas damit und jeder erkennt wahrscheinlich auch für sich etwas darin. Ganz genau, und das ist auch der Tenor. Ich erzähle mal ganz kurz, wie diese Bilder entstehen und diese Zeichnungen. Mit dem Kugelschreiber darf man sich kaum Fehler erlauben, denn bei Bleistift kann man radieren, bei Kohle kann man auch ein bisschen nachziehen, auch radieren. Bei Kugelschreiber muss es stehen, der Strich muss stehen. Man kann wenig Überlagerungen machen, man kann im Grunde fast nur nebeneinander arbeiten und muss vorher schon überlegen, was ist dahinter, was ist noch dahinter, will ich eben denn schaffen. Dennoch, bei all diesen Überlegungen entstehen die Sachen rein aus dem Unterbewusstsein. Das heißt, ich fange an, irgendwo auf dem Blatt und der Kugelschreiber spielt und spielt. Es ist wie eine Komposition eines Musikstücks. Es ist faszinierend für mich selber, weil ich am Anfang nicht weiß, was wird am Ende dabei herauskommen. Also du sitzt nicht da und sagst, ich male jetzt ein Tier, eine Landschaft, ein Mensch? Nein, das kann schon mal vorkommen. Es ist auch im Verlaufe später, nachdem ich dann nun unzählige Zeichnungen erstellt habe, passiert, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere mal aus. Wie wirkt es denn, wenn ich jetzt mal als Beispiel ein paar Schuhe mit dem Kugelschreiber zeichne und nicht mit dem Bleistift oder mit Kohle, wie es hinlängst üblich ist. Aber das grobe Arbeiten ist frei assoziiert in den Raum hinein, auf das Blatt. Und ich kann es nur wiederholen, ich bin immer wieder fasziniert gewesen damals, ich mache diese Arbeiten zurzeit nicht mehr, fasziniert gewesen davon, was am Ende sich dann dabei herauskristallisiert hat. Ja, das stelle ich mir auch ganz, ganz spannend vor. Ja, und noch dazu sagend möchte ich gerne, dass in der Zeit, in der sie entstanden sind, ich vornehmlich das, was mir damals so am Herzen lag in puncto Musik, sehr stark favorisiert und gehört habe, das waren die alten Rockbands, die es damals gab in der Zeit, Deep Purple, Led Zeppelin, später Black Sabbath. Und wurde der noch ein bisschen härter, das lag nicht an meiner Hörgewohnheit, sondern es gab einfach nach und nach die Stilrichtungen, die sich aus der Rockmusik entwickelt hatten und die dann zum Hardrock bis ins Heavy Metal gingen. Und ich muss dazu sagen, dass es sich auch in den Arbeiten widerspiegelt, sie sind etwas mystisch-düster zum Teil. Und da findet man auch die Musik wieder. Du bist ja auch Musiker, das darf ich hier kurz erwähnen, es steht ja nicht umsonst hier im Set eine Gitarre und ich würde mal sagen, du bist ja eigentlich ein ganz linker Vogel oder zumindest, ich meine es nicht politisch, sondern sagen wir mal linkisch veranlacht, was das Händische angeht. Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte. In der ersten Klasse, damals war das noch üblich, hat man mich leider, muss ich sagen, sozusagen auf rechts vergewaltigt. Ich bin ursprünglich... Also den Linkshänder gezwungen, rechtshändisch zu arbeiten. Ich bin ursprünglich Linkshänder. Und so kam es, dass die entstandenen Kugelschreiberarbeiten auch gänzlich wie beim Schriftbild mit rechts entstanden sind. Aber, ganz spannend, mit 14 habe ich dann zur Gitarre gegriffen und festgestellt, ich kann das nicht mit rechts. Ja, aber da gibt es auch das Problem, Rechtsgitarre, Linksgitarre. Ja, das Problem gab es. Ich habe mir dann eine ganz stinknormale Gitarre gekauft und die Seiten einfach umgespannt. Das war relativ unkompliziert. Bei dieser Gitarre, das ist eine Stratocaster, wie sie auch damals Jimi Hendrix, der auch Linkshänder war, gespielt hat, ist das schon etwas problematisch mit den Rechts-Links-Gefüge. Jimi Hendrix hat noch ein Rechtshändermodell benutzt. Damals gab es keine Linkshändermodelle. Später dann hat die Industrie sich darauf eingestellt. Und nun gibt es auch für Linkshänder speziell Gitarren, die keines Umbaus mehr bedürfen. Kurios ist eben diese Beidhändigkeit. Zeigt sich auch in der Malerei. Da kommen wir wahrscheinlich noch darauf zu sprechen. Also du malst mit beiden, ne? Jein, also schon. Wir können ja mal auf die Arbeiten zu sprechen kommen, die jetzt hier zu sehen sind hinter mir. Wenn man genauer hinguckt, erkennt man, dass die Farbe sehr struktural, reliefartig auf der Leinwand aufgetragen wurde. Das macht man mit einem sogenannten Palettenmesser. Das ist wie eine Gabel schon fast vorne ein biegsames, weiches Metall. Gibt es in verschiedenen Varianten, verschiedene Formen. Eckig, spitz, je nachdem. Und dort wird die Farbe direkt aus der Tube auf die Leinwand aufgetragen. Und nach dem Trocknungsprozess entsteht dann beim Durchhalten dieses Relief. Das passiert mit links bei mir. Wenn ich aber stark konturierte Sachen fast wie Zeichnungen male, also mit, wie gesagt, sehr gestochenen Konturen und weichen Übergängen, also mit dem Pinsel, dann mache ich das mit rechts. Weil ich das gewohnt bin vom Schreiben her. Also du schreibst auch mit rechts. Ich sagte ja, man hat mich in der ersten Klasse umgebogen und dann musste ich mit rechts schreiben. Ja, aber jetzt frage ich mich, wenn du dann groß geworden bist und das konntest du selber entscheiden, dann fällt man nicht wieder ins Alte zurück? Nee, das geht nicht. Deswegen sprach ich vorhin etwas schnippisch von Vergewaltigung. Man dreht das Gehirn um und dann kommt man nicht mehr zurück. Das ist ganz schwierig. Und bestimmte Dinge, also einen Hammer schlage ich mit links, die Schere benutze ich wieder mit rechts. Okay. Es ist sehr mischhändig. Also irgendwas ist durcheinander geraten? Ja, das liegt ja auf der Hand. Man ist umgebogen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja, also ich bin immer Rechtsländer gewesen, Zeit meines Lebens. Ich habe das mal so zu Spaß probiert, irgendwas zu schreiben. Das kann kein Mensch mehr entziffern. Das ist ein furchtbares Gekritzel und Gekratzel und das führt zu Garn. Ich muss dazu sagen, ich habe es dann auch mit der Gitarre, nachdem ich festgestellt habe, dass das mühsam ist, immer sein eigenes Instrument mitschleppen zu müssen, wenn man mal bei Freunden ist, die eine Gitarre haben versucht. Ich habe die Seiten umgespannt, habe eine Woche mich gequält auf rechts. Es ging nicht. Ich habe wieder umgesattelt. Es ist einfach so. Was einmal programmiert ist, lässt sich dann schwer umbiegen. Und so ist es eben bis heute geblieben. Für einige Leute liegt es auf der Hand. Sie wissen es. Viele wissen es nicht. Linkshänder haben eine stark ausgeprägte rechte Gehirnhälfte. Das geht immer über Kreuz. Und die ist für die musischen Bereiche zuständig. Die rechte Gehirnhälfte. Also der gebürtige Linkshänder ist der bessere musische Gebüde? Besser will ich jetzt mal nicht sagen. Aber der ist zumindest stark orientiert in diese Richtung. Okay. Der Pragmatiker und der Mathematiker ist eher im Rechtshänderbereich zu finden. Das ist aber auch nur eine Regel. Viele Menschen wissen es gar nicht, dass sie auch so ein bisschen mischhändig sind. Bei mir ist es eben jetzt so, wie es ist. Kann man das überprüfen? Gibt es da Tests für? Ja, bestimmt. Ich bin da nicht so kundig, aber das gibt es. Okay. Interesante Geschichte. Wie ging es dann weiter? Du hast dich dann für den Beruf des Künstlers entschieden und dann hast du andere Techniken ausprobiert? Ja, ich habe dann, als ich mit der Gitarre anfing, muss ich gestehen, dann doch Zeit, weil ich alles, was mit Zeichnen und Kunst zu tun hatte, an die Seite gepackt. Und ich war so fasziniert und besessen. Ich habe nach der Schule geübt und geübt und geübt und hatte dann irgendwann auch, nachdem ich autodidaktisch nach einem Buch begonnen hatte, ein paar Monate Unterricht, das hat mich ein bisschen geprägt, nach vorne gebracht und dann bin ich wieder alleine weiter. Was hast du ein Buch begonnen? Ja, es gibt Lehrbücher. Heute gibt es Videos, heute gibt es mannigfache Möglichkeiten, wobei ein Lehrer immer noch die beste Situation ist, um wirklich auch konkret sich zu verbessern. Das habe ich dann getan und irgendwann war auch die erste Band am Start oder eigentlich die Band schlechthin, mit der ich auch viele Auftritte gemacht habe, in Harburg derzeit damals schon eine gewisse Größe. Ja, aber ich bin kein Gruppenmensch. Künstler sind ja, wie ich immer sage, Mimosen eigenwillig. Viele sehr introvertiert, das bin ich vielleicht nicht zwingend. Aber sie haben es doch schwer, in der Gruppe zu arbeiten. Und dann habe ich mich doch, diese beiden Leidenschaften waren eben immer da, habe ich mich doch letztendlich für die Kunst im bildnerischen Bereich entschieden. Und dann sind so über ein paar Ecken Situationen entstanden, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte. Plötzlich war ich gefragt, Wandmalereien auszuführen. Ich hatte ein bisschen Angst vor Farbe, muss ich gestehen, weil ich lange Zeit eben immer in Figuren und Formen gedacht habe, mittels dieses Kugelschreibers. Und in meinem Gehirn tobten so viele, auch wenn es unbewusst, wie ich vorhin erwähnte, entstandene Arbeiten waren, tobten so viele Figuren, dass ich Angst hatte, die noch mit Farbe zu füllen. Das kann man sich kaum vorstellen, wenn man jetzt mal schaut, hinter dir hängen zwei deiner Werke. Ganz, ganz bunt, ganz farbig. Es ist dann gekippt, ich habe mich dann angenähert der Farbe, habe auch da wieder ein Buch gekauft, was mir eine Menge Know-how vermittelt hat. Und dann habe ich losgeprescht. Erst Wände bemalt und dann habe ich gedacht, was du auf der Wand machst, kannst du auch auf der Leinwand machen. Das kann man transportieren, das wird nicht übergemalt, hinlängst zumindest nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich auf dieses Format gekommen bin, was ich heute immer noch favorisiere, ein Meter auf 1,40 Meter. Ich finde auch ein sehr schönes Format, sich über das Sofa oder über das Bett zu hängen. Für viele ein bisschen wuchtig. Für mich keinesfalls, ich lebe damit, ich lebe mit Farbe. Dann waren es anfangs auch eher Arbeiten im Blau-Grün-Bereich, natürlich vom Kugelschreiber kommt. Aber dann irgendwann ist auch das gekippt. Es gibt doch Wunder-Kugelschreiber. Du hast immer nur mit Blau-Kugelschreibern gemalt. Gut, dass du das ansprichst, Cosmo. Sehr interessant, habe ich auch probiert. Aber der Strich des Blau-Kugelschreibers war letztlich doch der Ausdrucksstärkste und der, der auch die größte Schattierung offen ließ. Besser noch als Schwarz. Das feige ich für ein subjektives Empfinden. Nein, das ist nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Kannst du nicht nachvollziehen. Muss ich ganz kurz technisch werden. Der Blaue-Kugelschreiber, wenn er kleckst, das tut auch meist nur der, hat einen leichten Fluss im Strich. Das heißt, er ist weicher. Dadurch kann man eher die Möglichkeit schaffen, zum einen konturiert, aber zum anderen sehr schattiert zu arbeiten. Das ist mit Klecksen und die Aussage über diese technischen Begebenheiten eines blauen Kugelschreibers im Verhältnis zu allen anderen Farben. Kann es sein, dass es eine bestimmte Marke war? Dass es nur bei dieser Marke kleckst und nur bei dieser Marke sind diese Verläufe. Woanders ist das vielleicht anders. Ich kann das einfach nicht glauben, dass das jetzt wirklich in der Farbe Blau liegen soll. Also ganz kurios. Es waren die allerbilligsten Kugelschreiber, die man kriegen konnte. Und zwar gab es damals eine Firma Laurin, das weiß ich noch. Ob es sie heute noch gibt, weiß ich nicht. Die haben nach geraumer Zeit einen ganz weichen, fließenden Strich gehabt. Und mit denen habe ich dann gearbeitet. Ich habe, glaube ich, noch kiloweise welche liegen bei mir in der Schublade. Weil die waren, wo ich dann die Massen gekauft habe. Sehr gut, wenn es die Firma nicht mehr gibt, dann macht es natürlich Sinn, welche zu horten. Und sie waren günstig. Wahrscheinlich trocknen sie irgendwann aus. Ja, wahrscheinlich werden sie das tun. Okay, aber zurück zu den Farben. Also die Bilder, die hinter dir hängen. Sehr bunt, sehr lebhaft und etwas ganz Tolles, Papageien. Mein bevorzugtes Tier letztendlich, aber liebe Vögel. Und ich finde Papageien, weil sie so schön bunt sind, auch ganz besonders toll. Was ist für dich der Grund, auf Vögel zu kommen? Ja, gut. Eine Sache, die ist mir erst vor kurzem eingefallen. Ich habe tatsächlich mit Buntstift schon in der Grundschule, als ich die ersten Zeichenversuhe gemacht habe, tatsächlich Papageien gemalt, die auf Ästen hingen. Ein bisschen Tropen anmutend. Ich glaube, und jetzt sind wir beim Thema Tropen allgemein, da gibt es jetzt verschiedene Theorien, warum ich das Thema favorisiere und auch heute noch bearbeite. Klingt jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber nach vielem Hin- und Herdenken kann es sogar gewesen sein, dass in einem meiner Vorleben ich eine so schöne Zeit gehabt habe, dass ich das heute bis in dieses Leben hineingetragen habe. Derweil ist eben schon in der Frühjugend dazu gekommen ist, diese Figuren, diese Tiere zu zeichnen. Als ich zur Farbe übergegangen bin, habe ich mir das Thema Tropen intuitiv ausgesucht, weg vom Kugelschreiber hin zu den Tropen und landete natürlich sehr schnell bei den Vögeln bzw. Papageien, weil sie so farbenprächtig sind und weil man da sehr viel mit Farbe spielen kann. Jetzt, man stellt mir die Frage natürlich immer wieder, warum diese Vögel, diese Papageien, jetzt sehe ich da ganz andere Aspekte hinzukommen. Das Symbol Vogel steht grundsätzlich ja für Freiheit, für sich in die Lüfte erheben, von A nach B, den Fokus wechselnd. Papageien insbesondere sind sehr lebendige Tiere, wer die einmal live erlebt hat, auch die Kakadus. Und sie haben etwas von uns Menschen. Es ist unglaublich, nicht nur, weil sie sprechen können. Man hat das Gefühl, wenn man sie vis-a-vis hat, sie haben eine Mimik, sie haben eine Gestik. Es ist fantastisch, wie die ihren Kopf bewegen, wie die hin und her schaukeln. Also ich bin fasziniert davon. Und sie haben etwas sehr schillerndes, was natürlich, und jetzt komme ich zu einem anderen Aspekt, etwas schillerndes, was viele Künstler sowieso in sich tragen. Und ich behaupte mal, dass ich aufgrund meiner Lebhaftigkeit mir das Kind immer noch erhalten habe und auch deshalb ein Teil dessen bin. Ein anderer Aspekt ist auch, und das finde ich wieder sehr interessant aus ganz anderer Sichtweise heraus, unsere Welt hat sehr viel Unschönes und eigentlich wollen die Menschen Frieden. Sie wollen Natur, sie wollen Lebhaftigkeit, sie wollen Freiheit, sie wollen auch ein Stück Kindheit. Das ist vielen verloren gegangen. Und ich würde mir wünschen, dass Menschen dadurch wieder einen kleinen Bezug bekommen. Auch den Bezug zu erkennen, wie wichtig Natur ist. Wir wissen alle, dass die tropischen Wälder nach und nach abgeholzt werden und auch dementsprechend die Vögel dezimiert werden. Eine tragische Geschichte. Heute ist so ein kleiner Beitrag des Aufrüttelns, gar nicht bewusst, aber mir immer bewusster werdend. Also insoweit auch in dieser Stelle etwas Gesellschaftskritik von deiner Gesellschaft. Ja, Kritik, einfach zu helfen im Kleinen. Wie können wir die Gesellschaft, die wieder mehr und mehr verroht, um es mal so zu nennen, und auch sich selbst entwertet, wie können wir die Gesellschaft wieder ein bisschen mehr auf die Werte lenken, dass die Gemeinschaft unter den Menschen wächst, dass die Verbindung auch zur Erde, zur Natur, zum Kosmos letztendlich wiederhergestellt wird. Weil wir entfernen uns nach und nach von der Natur. Das weiß jeder, der ein technisches Gerät zu Hause hat. Es ist nicht nur eins, es werden immer mehr. Und das ist, finde ich, sehr kontraproduktiv, um es mal so zu nennen. Also zumindest holt man sich mit einem Bild von dir auch ein Stück heile Welt in seine eigenen vier Winde, in seine eigene Zuhause. Ja, ein bisschen Leben, ein bisschen Beschaulichkeit, in Verbindung mit der Natur natürlich. Hinter mir leuchtet ein Bild. Die Zuschauer fragen sich wahrscheinlich, was hat es damit auf sich? Das ist ja wirklich toll, diese Farbe, die da entgegenkommt. Und wenn ich dann so ein gebräunter vorsitze, da kommt dieser Kontrast wahrscheinlich noch mehr heraus. Was kannst du uns dazu erzählen? Ganz kurios. Ich wohne in Hamburg, das ist richtig. Hamburg-Harburg, hast du erwähnt. Und bin irgendwann über eine Wandmalerei in die neuen Bundesländer gekommen. Und habe knappe zwei Stunden, wenn man nicht Autobahn fährt, von hier entfernt, dort eine Wohnung angemietet, die ich als Atelier nutze, auf dem Lande, sozusagen. Also dein Stück heile Welt? Mein Stück heile Welt, eindeutig. Deine Tropen? Meine Tropen. Ich habe mir die Wohnung so weit hergerichtet, dass sie einen leicht tropischen Charakter haben für mich. Es ist in einem einzelnen Haus, wo ich die Wohnung nach hinten raus habe, Blick aufs Feld, fantastisch. Die Sonne geht links auf und rechts unter. Ich kann dort bis abends malen und bin beglückt. Und ich male auch am liebsten, wenn die Sonne scheint. Nun, zu diesem Bild muss ich sagen, eindeutig zu erkennen, es ist ein Mond. Und der Mond, der vollmondig ist, wirft oft, das hat jeder sicherlich schon einmal beobachtet, ein glitzernd weißes Licht auf, insbesondere kann man das erkennen, auf die Natur. Also insbesondere, wenn man sich mal in die Natur begibt, in der Stadt bemerkt man es vielleicht gar nicht so. Und da ich gerne dann über Land zu meinem Atelier fahre, gibt es ein Stück, fast eine Stunde lang, wo nur Wälder, Dörfchen, ich sage bewusst Dörfchen und Wiesen zu sehen sind. Und es ist sehr kurvenreich und immer wieder glitzert der Mond durch die Bäume und wirft sein Licht aufs Feld. Und ich habe dieses Bild nicht bewusst so gemalt mit dieser Stimmung, aber ich habe sie durch die ewige Fahrt auch des Nachts einfach in mir getragen. Und dann irgendwann die Idee, einen Mond zu malen, hat auch wieder, wie so oft beim Malen, über das Unterbewusstsein das hereintransportiert. Also man kann sagen, dass in deinen Bildern sich auch immer wieder deine Stimmungen wiederfinden? Eindeutig. Auch da ist es sehr emotional, wie bei den Kugelschreiberzeichnungen. Ich habe die Idee, aber was draus wird. Auch wenn ich ein Papagein male, ich weiß zwar ungefähr, wie der aussieht, aber wie der letztendlich wird, wie der Umbau, der Hintergrund ist, das bleibt offen. Und der Spachtel erlaubt es sehr freizügig, die Farbe aufzutragen, ohne festgelegte Konturen. Es ist sehr weich, fließend. Also ein ganz toller Prozess und der spiegelt natürlich die Stimmung wieder, eindeutig. Nachts ist es einfach anders als mitten im gleißenden Sonnenlicht. So wie dieses Bild hinter mir, wo ich vor allem nicht die Sonne spüre, wo ich den Wasserfall in seiner Kälte, wenn man ihn entdeckt, auch wahrnehme. Aber vor allem nicht dieses gleißende Sonnenlicht, was ich dort, wenn ich dort male, auch wirklich in Verbindung wiederum bestimmter Musik wahrnehme. Das ist dann im Übrigen kein Hardrock mehr. Es geht dann mehr in die Latino-Ecke oder auch so Sachen wie El de Miola, Fusion Music, Carlos Santana natürlich. Sehr lebendig auch, sehr sonnig in meiner Betrachtungsweise, in meiner Wahrnehmung. Ja, fühle ich mich total wohl. Das ist eine ganz große Herzenssache für mich, so etwas überhaupt in meinem Leben entdeckt zu haben. Viele entdecken ihre Talente ja gar nicht. Das ist schade. Heute gibt es ja fast schon so Begleiter, die einen Talente heranführen. Ganz toll. Thomas, leider endet unsere Sendezeit schon wieder. Das ging dieses Mal ganz besonders schnell. Ich habe kaum sprechen können. Du hast wunderbar erzählt. Es macht große Freude, dir zuzuhören. Ich werde das verfolgen, wenn ich mal wieder in Hamburg bin. Ihr alle könnt mir schreiben. Sie können einfach mir eine E-Mail schicken unter cosmo-at-cosmo-demon.com und dann werden wir neue Künstler hier vorstellen. Im nächsten Monat sind wir wieder da. Bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein. Vielen Dank, adios, goodbye.